Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir sind dabei, uns um die Grünen hier zu kümmern. Und, ja, sollte ganz einfach werden, schätze ich. Dann ist unsers, ist ganz gut. Und dann ist am Ende noch, äh, nee, an oder wie, wie es ausgesprochen wird, dran. So, Angriff. Oh, shit, jetzt hat er doch ganz schön viele. Aha, die nehmen wir auch noch mit. Okay. Ah, schade, schade, war knapp. So, dahin. So. Na, so langsam, ja, kann ich wieder zusammenführen. So, könnt ihr im Gewusel weiterkommen? Oh, der eine Priester ist fast tot. Mach dir erstmal heile. Na, schick doch ganz schön viele Einheiten nach vorne. So, aufbauen. So, kommen wir nach vorne hier. Seine Lefanten? Kann alle knicken hier. So, der nächste Elefant. Hehehe, ich find's super. So, der nächste Elefant. Oh, jetzt ist ein Anlauf-Cooldown. Okay, jetzt wird's langsam echt viel. So. 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 So, das stellen wir uns auch noch. So. Und unser. Nice. So, jetzt ist noch einer nicht auf Cooldown. Ne, zwei sind noch nicht auf Cooldown. So, abbauen. Erstmal wir sammeln hier. Können wir mal wieder zurückkommen? So. Durch da ran. So. Das da mal. Hehehe. So geil, wie viele Erfanten da durchstecken und es bringt ihm einfach nichts. So. 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 Unser. Ist hoffentlich auch unser. Vollstirbt. Ja. Also wir sind Half-Life und dann war's das. Aha. So. So. Jetzt ist endlich kaputt. Na, verliere ich einen? Hm. Noch nicht. Gut. Nein, Abbruch. So. Er hat noch da hinten die Burg. So. Ach komm. Das. Ihr sollt einfach nur hier hingehen. Danke. So. Ich geh mal gen Süden. So ein bisschen. Ich geh mal gen Süden. Ja. Aber. Angriff. So. Wir dürfen jetzt hier nicht sterben. So. So. Der Elefant ist tot. Der geht uns. Da oben brauchen wir noch welche. Den da noch. Okay. Der ist tot drauf gegangen. Der ist auch tot. So. Du hörst auch uns. Danke. Gerade so gereicht. So. Alle mal hier hin. Generell die ganzen Elefanten. Wow. So. Aha. Jetzt gibt er auf. Wurde ja auch mal Zeit. Oh. Hab's dir an. So. So. Ihr seid Team 2. Ja. Einen haben wir verloren. Schade. Nicht so schlimm. Wow. Okay. Da müssen wir doch noch ein bisschen. Bisschen nachholen. So. So. Reicht das für ein Team? Team. Ja. Team 1. 2. 3. So. Gut. Von wegen mal eben übernehmen. Ja. Dann sind die weniger Probleme. Mhm. Haben wir gemerkt. So. Hier aufbauen. Von wegen weniger Probleme. Die sind mega die Probleme gewesen. Wenn man so vier Mönche dann nicht. Die sich zum Glück. Äh. Aufteilen konnten. Immer nur einer. Der dann. Sein Reset quasi hat. Von der. Vom Glauben. Ja. Da hätten wir ein kleines Problem gehabt. Das waren nämlich ein paar viele Elefanten. Aufbauen. Wo schießt er hin? Achso. Und schießt halt. Oh. Hier. Abbauen. Hier. 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 Schauen wir mal hier runter. Macht wir jetzt ein Gebäude da kaputt. Und Team 1. Ganz zwar gesamt ein paar verloren. Aber hey. Da werden wir jetzt ein paar mehr Elefanten. So. Eine coole Sache. Die sind auch noch nicht gestorben. Auch wenn sie stürmen dürfen. So. Alle haben was zu tun. Hier. Fahrt immer noch hin und her. Schön. So. Wie sieht's aus? Ah. Schon recht gut. So. Erstmal den da hoch rein. So. Wenn die geschossen haben. Abbauen. Wie der eine gerade so nicht rankommt. Aha. So. Team 1. Team 2. Und ihr fahrt auch mal hinterher. Da könnt ihr die aber immer noch losschicken. Auch wenn er aufgibt. So. Das Monument erobern. Ich hoffe ich zerstöre es nicht. So. Team 1. Team 2. Die geht dahin. Jetzt habe ich aber immer noch nicht meine vietnamesischen Rebellen gefunden. Die existieren einfach nicht. Oder sind die wirklich hier gefangen? Oh. Das wäre hart ey. Beim stärksten gefangen genommen worden. Was bringen wir die jetzt noch? Aha. Ja. Gut. Na. Greifst du mich jetzt an? Nee. Aber der andere. Angriff. Aha. Jetzt kommen sie alle. So. Weg mit euch. Oh. Sind eingesperrt. Okay. Ich merke schon ihr seid doof. Alles. Ah. Feigling. Aha. So. Eins erstmal wieder sammeln. So. So. Abbauen. Die Welle brauchen wir nicht beschießen. So. Das ist eine fette Burg. Angriff. Hier läuft die Burg an. Das ist immer schön, dass die nebenbei schießen können, während wir uns hier auf das Gewusel konzentrieren. So. Na. Na. Aha. Na komm schon. Dann. Sei unser. Na. Dann halt nicht. Oh. Shit. Schießt was zurück. Das scheint genau zu sein. Ja. Na komm. Ich ziehe heute noch. Wow. Manche sind echt dickhäutig. Kann man das so sagen? Bei Elfanten. Ja ne. So. Auch unseres. So. Abbauen. Und Team eins. Ah ja. Ruhig auf die rein. So. Team eins. So. Der ist hinüber. Der wird uns. Ah. Das ist mies. Das sind ganz schön viele Elfanten, die er sich da leistet. So. Der andere war aber schlimmer. Seinen Elfanten. So. Der andere war aber schlimmer. So. Ich geh auf den. Die anderen haben sich den anderen Elfanten. Schön. So. Erstmal wieder ein bisschen heilen. Los. Töte den. So. So. Und Team eins. Wir verlieren zwar immer wieder ein paar aber. Ja. Dafür kommen wieder Pfannen dazu. So. Die haben's. Hä? Habt ihr das gesehen? Der Elefant ist einfach mal rückwärts gegangen. Das ist ja stylisch aus. So. 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 Die meins. Oh shit. Jetzt kommen hier die guten. So. Da ist nichts mehr. So. So. Standei. Geh. ischen. Die. Die ist auch noch dabei. Allein. Die. Die. Allein. Die. 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 Teil院. So, da geht einfach eine Masse unter. So, Team 1. Jetzt haben wir die auch schon mal wieder. Komm schon, komm schon. Das kriegen wir. So. So, da oben hin. So, erstmal zurück. Vielleicht auch ein paar viele Einheiten verloren. Oh, sogar ein Elefanten. So. So. Hat noch irgendwas zu sagen hier. So, abbauen. So, alle vier auf den. Aha, jetzt auch so gut wie Pleite. Boah, also ohne die Mönche hätten wir definitiv ein schwereres Spiel gehabt. Ich meine, ja, wir haben noch jetzt genug Gold. Wäre nicht so schlimm gewesen. Aber es wird definitiv problematischer geworden. Bei den ganzen Elefanten allein hier. Bei den grünen hätten wir wahrscheinlich schon versagt. Aber mit denen haben wir doch noch so viele Elefanten gekriegt, dass es das gelohnt hat. Achso, nee. So, Angriff. So, das Tor fällt auch in einem Getrampel. So, hier geht man da rauf. So. Abbauen. So. So, hier dahin. Komm mal mit. Ah, geht das schon ja aus mit den Elefanten. Es ist halt, dass wir die Dinger jetzt einreißen. Das sind eindeutig zu viele Elefanten. So, das ist mein Elefant. Das ist mein Elefantenruhe. Danke. So, Angriff. Ich weiß, wir verlieren noch ein paar. Oh, mir ist ein Mönchernhaber abhandengekommen, Mann. So. Oh nein. Hier hin. So. So. Hier mal zwischen. Wo kommt er damit jetzt noch her? Oh, nee. Da geht er drauf. Na komm. Oh shit. Du sollst noch nicht sterben. Noch nicht. So, sehr schön. Haben wir die jetzt auch unter Kontrolle? Ich weiß aber immer noch nicht, warum wir die Verbündeten sein sollen. Ah, sehr gut. So, eins da rauf. Die Burg fällt jetzt auch. Jawohl. So, ihr braucht euch ab. So, dann gucken wir nochmal, was haben wir hier jetzt noch. Wo sind die Verbündeten? Ich hab noch nicht eingefunden. Aber vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Und die geben direkt auf. Da ist das Monument. Bitte nicht zerstören. Ich muss es irgendwie einnehmen. So, das ist weg. Na, zwei. Und da hin. So, der Monch geht mal jetzt hier hin. Und dann gucken wir mal, ob wir es direkt einnehmen können. Und damit dann auch den Part beenden. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Müssen wir jetzt sehen, wie wir es erobern. Vielleicht kriegen wir es auch, wenn wir die besiegen. Ah, ha, 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 ha. Okay. Hier nochmal ein kleiner Krieg. So, abbauen. Wann hab ich ihn abgelenkt? Das ist doch auch was wert. So, dann drüge ich es da hin. Oh, nein, nein, nein. Es geht einfach noch weiter. Ah. Ah. So, ich stelle euch erstmal zu den Mönchen. Dann können die euch heilen, solange. Wenn das da eingerissen wird. Und die können schon mal den Turm da zerstören. Ah, ich müsste hier jetzt nochmal voll heilen lassen. Oh, das reicht sogar für die. Nice. Ah, der eine war ein bisschen zu kurz. Sehr gut. So, Angriff. So, abbauen. Und ein bisschen spawnen. Oh, nein. Hier, Angriff. Oh, jetzt kommen Grafikfehler. Wie man hier gerade sieht. Alter Schwede. Was ist denn das hier noch alles? Angriff. Hier, los, Angriff. Jetzt sogar noch ein paar Mönche. Wow. So, da hinten hin. Los. Schön. So, ihr geht mal da hin jetzt. Da hin. So, die Mönche jetzt da hin. Ich hoffe, das kriege ich jetzt. Oder muss ich das wirklich einnehmen? Aber wenn wir sehen, ob wir es bekehren müssen. So, haben wir es jetzt. Sehr gut. Wow. Das war gar nicht mal so leicht. Gut, dass wir die Mönche hatten. Wir hatten so viele Elefanten. So, dann gucken wir mal, ob wir es jetzt geschafft haben. Die eigentlich nur aus Bauern besteht. Bis zuletzt noch fast. So, Kampagnenkarte. Oh, es geht noch weiter. Die letzte Festung. Aha. Das wird dann wahrscheinlich wirklich auch die letzte Mission sein. Wir beenden aber dann erstmal hier. Und ja, wir sind fast durch. Außer der DLC ist noch da. Die Aufnahme ist noch davor. Deswegen weiß ich nicht genau, wann der DLC kommt. Eigentlich Ende Januar. Müsste also passen, dass wir das in eins durchziehen. Wir werden es sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.